Es sieht jetzt hier in dem Fluss, aber es sieht ganz gut aus. Ein Rücken von Nea. So sieht es aus, sieht ganz gut. Wir gehen jetzt zum Vatikant, also zum Sand Petersen. Wir sind jetzt schon hier da ganz vorne. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Hier ist die Stadt. Auf uns ist die Stadt hier. Das sieht ganz gut aus. Wir gehen jetzt irgendwann mal zum Vatikant, also zum Petersen. Das sieht schon aus. Wir gehen jetzt in den Laufheim. Wir gehen jetzt in den Laufheim. Das ist die Stadt. Das ist die Stadt. Wir gehen jetzt in der Laufheim. Und hier ist die, das sieht die Cam aus, also das sind zur 6, also ich zeig mir die Cam, bei der Karte, da zieht die auf dich, das sieht aus. Ich weiß, was ich nicht so schön, aber ich schaue es an, wie ich es in die Zeit habe. Ich habe hier 5, also, habe ich noch einen Schraube.